Nachgefasst, dem unfassbaren Auf der Spur. So hoch oben, wie nächstes Sonntag war die Unfassbar noch gar nie. Ich unterhalte mich mit Reha Fay, einer Kletterlehrerin, über die Schönheiten und Risiken am Berg. Am Sonntag um halb elf Uhr am Morgen und am Mittwochabend um halb elf Uhr. Hallo Reha. Ciao. Ciao. Ich habe gehofft, du bringst mir etwas Sonne mit. Aber das ist ... Ja, ich habe es noch im Hossensack. Aber schau, die ist schon etwas blau. Oh ja, schön. Mal hoffen wir mal, dass es hier noch etwas aufreicht.